Musik Sportticker Spezial 14. Müssinger Röwa Stadtlauf Dieter Schneider, Vorstand LG Steinlach Zollern bei mir Ein Mammutprogramm, beginnt ja schon am Freitag Ja, traditionell machen wir am Freitag die inzwischen sehr beliebte Rosberg Nudelparty Für jeden Läufer gibt es ein kostenloses, frisch zubereitetes Nudelgericht-Pasta-Party War am Freitagabend mit weit über 300 Besuchern Eine ganz tolle Stimmung, eine tolle Atmosphäre Ein guter Einstieg in das Stadtlauf-Mammutprogramm dann am Samstag Ja und für alle, was dabei von Nordic Walking über die Hobby-Spaßläufer Über die ganz schnellen Burschen und Damen 5 Kilometer, 10 Kilometer, also unherrliche äußere Bedingungen Ja, wir haben wirklich wahnsinniges Glück gehabt mit dem Wetter Die Wetterprognosen waren ja nicht die ganze Zeit so positiv, wie wir es jetzt erleben durften Glück gehabt, muss gehört dazu Wir haben ein sehr breites Programm, wir machen ein Sportfest für alle Für Jung und Alt, für die ganze Familie Und haben in diesem Jahr neu diesen Minilauf über rund 52 Meter für die Kindergartenkinder eingerichtet Und sind überwältigt von dem Zuspruch Wir hatten rund 300 Anmeldungen für diesen Minilauf Von 0 auf 300, unglaublich Und über 270 sind gestartet Das freut uns, die Kinder so in Bewegung zu bringen Das macht Spaß Wir sind offen für alle Auch die regionalen Läufer können hier gewinnen So wie Daniel Noll im letzten Jahr Als Stadtlaufsieger 2016 Ist er wieder am Start Will seinen Titel verteidigen Die Judith Wagner, Siegerin letztes Jahr Ist leider erkältet, wäre gerne wieder gekommen Und jetzt schauen wir einfach mal, wer vorne mitmischt Jeder ist willkommen, jeder soll das geben, was er kann Und Spaß haben und seine Leistungen abrufen Hauptlauf kurz vor dem Startschuss Durch Oberbürgermeister Michael Bulander Die ersten Reihen gespickt mit Ausnahmekönnern Aber auch viele, viele Laufbegeisterte Jedoch etwas weniger ambitionierte Athleten Den Weg hinter die Transponderlinie 350 Damen und Herren Laut Meldeliste Bereit für den Rundkurs Viermal muss man da durch Zehn, zum Teil Zähe Kilometer Über 1600 Starter Insgesamt eine logistische Meisterleistung Panoramalauf inklusive Und auf geht's Kaum waren die Nordic Walker Richtung Alp abgezogen Kam der schnelle Glemser Daniel Noll um die Ecke Noch in Schlagdistanz Marius Stang, LAV Stadtwerke Tübingen Raphael Amold, LAZ, Ludwigsburg Der sechsfache deutsche Berglaufmeister Timo Zeiler in Rot Und Alex Gürzen, LGSZ In der ersten Verfolgergruppe Dämpfig, schwül, drückend Denen ist das Wurscht Lange, Rabausch, Kallenbach Allesamt Top-Triathleten, die sich hier duellieren Mehrer, Grotelow, Köhnlein, Groß sowie Mangold Komplettieren, die Gruppe Die Herren hier ebenfalls voll im Soll Michael Fuchs bestimmt den Rhythmus Die erste Frau kurz dahinter Knapp unter 10 Minuten für die erste Runde Anja Götz heißt die Därme von Reis Frinz Zoller Inzwischen war es eine Hitzeschlacht Jede Menge Badespaß für die ganze Familie Gibt es im Freibad Mössingen Mit einer 93 Meter langen Riesenrutsche Dem 50 Meter Kombibecken für Schwimmer und Nichtschwimmer Dem abwechslungsreichen Eltern-Kind-Bereich Mit Planschbecken und Matschgelände Und viele mehr Jetzt auf ins Freibad Mössingen Runde 2 Es war nun ein einsames Rennen Der Daniel derzeit kaum zu schlagen Zu gut seine Verfassung Zu gut seine Technik Die Anerkennung erfolgte nun in gebührendem Abstand Die kämpften um jeden Meter Seiler Götzen Die Trias fast unter sich Der mehrfache deutsche Mannschaftsmeister Tim Lange Übernimmt in der Verfolgung die Führungsarbeit Anja Götz mit großem Abstand Ebenfalls souverän Franziska Schrader geschlagen Aber trotzdem klasse unterwegs Ich kann mich nur wiederholen Die Damen und Herren hier Allesamt topfit Gut durchtrainiert Die beiden sowieso Handball-Legenden Axel Kromer Markus Gaugisch Beim Heimspiel Finale Mössinger Röwa-Stadtlauf 2017 Daniel Noll 33 06 Die Siegerzeit Chapeau Daniel Der hat alles aus sich rausgeholt War fix und fertig Lief blau Marius Stang Eine Energieleistung Sonders gleichen Den dritten Platz völlig verdient Eingefahren Raphael Amold aus Ludwigsburg Vierter und Fünfter Zeiler und Götzen Vergangenes Jahr gewonnen Heute gewonnen Mit viel, viel Abstand Ja Aber das könnte auch täuschen Weil es war echt schwierig Heute Es war Also es war jetzt Lange Zeit kalt Und es ist zwar nicht unbedingt heiß Aber eine extrem hohe Luftfeuchte Und bei dem Stadlauf So zwischen den Häusern Da steht die Luft Das macht es echt schwierig Eine Runde Sag ich mal War dann Der zweite Und der dritte Platzierte Noch auf Augenhöhe Aber dann War das Ding Relativ schnell Entschieden Ja Also ich habe mir auch vorgenommen Es ist ja keine Strecke Wo man Bestzeit laufen kann Eigentlich Dass ich da ein bisschen Verhalten angehe Und mal gucke Wie es so läuft Gerade wegen dem Wetter auch Und es lief halt In der zweiten Runde dann gut Ich habe gemerkt Dass ich schon ein bisschen Abstand zum zweiten habe Und habe dann halt versucht Den zu vergrößern Timo Zeiler Tim Lange Und Alex Götzen Alle drei natürlich bekannt In der Läuferszene Heute war es fies Ja es war vor allem Sehr warm Schwül Und ja Also trotzdem war es schön Genau Die sind das gewohnt Tim nach langer Verletzungspause So langsam wieder Die ersten Schnellen Einheiten Ich habe jetzt zweimal Tempoläufe gemacht Und dann habe ich heute gesehen Wie die tatsächliche Form ist Und nach der zweiten Runde Ja gut Der Kopf hat glaube ich Nicht mehr mitgespielt Das wäre schon glaube ich Ein bisschen was noch gegangen Aber der Kopf hat nicht mitgespielt Und die Jungs vorne haben Ein gutes Rennen gemacht Und ich glaube wir haben Das hinten auch ganz gut reingetrappt Ja Ja bei dir auch Alex Du bist zur Zeit in bestechender Form Ja es klappt auf jeden Fall Ich kann es aber auch nur bestätigen Heute war es einfach viel zu warm Ich bin immer noch aus der Puste Also ich glaube das waren Relativ schwere Bedingungen Erinnert an die Zeit Wo der Lauf hier noch im Hochsommer war Und auch abends war Solche Bedingungen hatten wir heute auch Ja und Und es ist Man sollte es nicht glauben Aber es ist eine relativ anspruchsvolle Strecke Und es war heute natürlich auch ein harter Kampf Das kann man so sagen Da hat man einfach Ging es ums Durchkommen Die vier Runden Das ist natürlich mental auch eine Herausforderung In der ersten Runde Ist der Anstieg noch eigentlich bewältbar Und der wird halt von Runde zu Runde etwas länger Und ein bisschen steiger Anja Götz Schnellste der Damen vor Franziska Schrader und Helen Rendig aus Stuttgart Ganz stark auch der vierte Platz von Bettina Spanowski vom SVO Gratulation Halbmarathon gewonnen In Geislingen Heute nachgelegt Ja danke schön Ja doch Gute Tagesform Gutes Stadterfeld Hab Glück gehabt Mein Ziel erreicht Ja und das war heute alles andere als entspannend Ja ne es war ziemlich warm zum Laufen Also ungewohnt Seit den letzten Tagen war es ja nicht so Aber ja Hab es gut durchgestanden Ja und mit deutlichem Abstand Ja gut Das ist immer schwierig einzuschätzen Aber beim Fischer kann man es sehr sehen Aber wenn genau hinter einem jemand klebt Seht man es nicht Aber ich habe tapfere Unterstützung am Rand gehabt Die haben immer wieder gesagt Der Abstand ist noch groß genug Es war sehr schwül Und wir haben eigentlich zu wenig zum Trinken gehabt Auf der Strecke Und war recht heiß Ja und ihr seid ja die langen Distanzen gewohnt Das kann man ja so sagen Hawaii steht vor der Tür oder? Ja wir hoffen es Und da sind ähnliche Temperaturen Wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer Deswegen war es heute schon ein gutes Training für dort Und wir hoffen dass wir in Frankfurt Beide die gemeinsam die Qualifikation dann schaffen Ich habe es ein bisschen unterschätzt Die Schwüle war sehr drückend Und dann den Berg hoch zur Brauerei Habe ich dann schon in der ersten Runde gemerkt Dass ich das Tempo das ich vor hatte Heute nicht drauf habe Und das war Ich hatte vor knapp unter 40 Und das hat nicht gereicht Und da muss man schon beißen heute Aber das ging alles so Ich laufe immer mit einer Schulmannschaft Weil es ja diese Mannschaftswertung gibt Und mal sehen Letztes Jahr waren wir Vierter Was dieses Jahr drin ist Und dieses Jahr konnte ich noch mehr Ja begeistern dafür Und wir sind heute Zehn Leute Waren wir noch nie Für die Mannschaftsmeisterschaft Tolle Sache Da kann ich nur sagen weiter so Gute Saison Ja dankeschön Mit der Lebensphilosophie von Stefan Rabusch Darf ich mich von Ihnen verabschieden Gute Restwoche schon mal Sowie ab und zu mal dran denken Le mouvement c'est la vie